einen schönen guten morgen liebe zuschauer zum jetzigen jfd live trading tv heute am 1. dezember neuer monat hat begonnen vorhin schon ja hier dahingehend beim jfd devisenradar die ansage dass wir uns schon mal freuen dürfen auf den letzten handelsmonat war spannend die letzte zeit und es wird wahrscheinlich auch spannend bleiben beim dax hingegen herrscht ja bis dato noch ein stück weit lethargie allerdings neigen sich die vorzeichen doch jetzt schon mal sichtlich gen süden schauen wir dazu mal in den wochen chart heute wie gesagt dass jfd live trading tv wie zu früheren zeiten das morning meeting mit jens glatt wird morgen natürlich wieder um 10.30 stattfinden wir werden aber heute nachher dann auch noch den silberpreis mal unter die lupe nehmen und auch noch einen größeren blick auf den amerikanischen hui index werfen der hier ja goldminen beinhaltet und sicherlich von interesse sein dürfte was es hier zum beispiel für ein saisonales setup gibt aber dazu später mehr jetzt schauen wir erst mal auf den dax hier im wochenschart intervall und ja es wird deutlich dass wir hier im bereich und das ist keine marke die jetzt hier neu ist aber im bereich 10.800 punkten 10.730 etwa hier diese zone lassen uns da so ein horizontal band am besten mal hinlegen klarer widerstandsbereich ohne frage da muss der dax rüber wenn er das schafft haben wir hier sicherlich einen sehr sehr positiven bias der druckaufbau der hier drunter stattfindet dürfte sich dann entladen aber ohne ausbruch passiert hier natürlich wenig diesen ausbruch hatten wir unlängst schon in einer sendung thematisiert nach dem motto es gibt hier die situation eines abwärts trends hier eine klare support zone im bereich um 10.640 punkten die idee war dass er doch noch mal hier nach oben ausbricht das wäre eben der positive bias gewesen sie sehen es geschah nichts dergleichen am 28 11 ging es vielmehr unter die unterstützung und seither taumeln wir uns hier so ein stück weit umher und dieses ehemalige unterstützungsniveau ist nunmehr eben ein widerstandsbereich geworden insofern werden wir hier mal die vor zeichen im sinne der farbe ändern und wir machen grün weg und legen hier rot als widerstand auf das ist auf jeden fall ein level 10.640 wo man sagen muss okay unterhalb dessen bleibt der dax in einem bärischen bias und sie sehen hier diesen tendenzfeil eigentlich alternativ szenario b wenn der dax eben hier nach unten weg kippt und er hat es getan das ist sichtlich negativ für heute bleibt kurz zu sagen der donnerstag bekanntermaßen ein schwacher handelstag mit nur 43 prozent positiver schlusspreise während der vergangenen 52 wochen spricht also nicht unbedingt dafür dass der dax heute noch mal ein reversal startet vielmehr diese negative kerze von heute ja tatsächlich ihre fortsetzung findet beziehungsweise wahrscheinlich auch ebenso bleiben wird und wenn wir den dax mal genauer anschauen nehmen wir mal die älteren tendenzpfeile raus sehen wir hier an dieser stelle einen kleinen unterstützungsbereich den wir heute schon getestet haben aber auf den sollte man achten nämlich hier 10.555 machen wir direkt eine schnappszahl draus dieses niveau wichtig wenn wir darunter fallen sollten dann ist die tendenz eher für weiter fallende preise gegeben und dann kann es auch durchaus noch ein stück weit tiefer gehen das muss man ganz klar unterstellen wir haben auch ungünstigerweise sie wissen dass wir schauen mal gerne hier auch auf die saisonalen verhältnisse bis mitte dezember hier jetzt nicht wirklich positiven rückenwind aber mitte dezember habe ich für sie auch noch einen schmankel im sinne des daxes und hier einer historischen entwicklung von 40 jahren da gab es damals noch den kommerzbank index aber eben zurückgerechnet hier ein sehr sehr bullisches muster das sehen wir auch hier eben anhand des saisonalen charts dass wir hier ab mitte dezember wohlbemerkt über die feiertage wohlbemerkt natürlich über eine sehr sehr umsatzschwache zeit aber statistisch hier einen sehr sehr bullischen jahresausgelang finden und genau das sehen wir jetzt beim dax eben auch die möglichkeit zumindest dass wir hier kurzfristig erstmal weiter zurücksetzen und ja wenn wir unter 10.555 per tagesschluss fallen insbesondere neues tagestief machen sehen wir hier die wochenpivots dann denke ich mal 10.425 wäre ein erstrebenswertes level hier möglicherweise stabilisierung aber der tendenzfall zeigt zunächst erstmal weiter nach unten das ist jetzt hier das zu präferierende szenario für den fall dass der dax eben tatsächlich weiter nach unten weg kippt wir haben morgen die non-farm payrolls nicht vergessen erster freitag im monat da kann natürlich hier die lage noch mal durch geschüttelt werden dennoch technische ausgangslage derzeit erweit auffallende preise einstellen können auch hier sogar schon eine art abwärts trend kanal sozusagen skizzieren von der oberen trendlinie kopiert auf die untere wenn es hier natürlich nach unten raus geht dann könnte es eine trendbeschleunigung geben ganz klar aber zu den non-farm payrolls darf natürlich morgen der dax hier auch möglicherweise ein komplettes reversal starten und hier nach oben rausziehen da gilt es eben auf 10.640 zu achten schrägstrich insbesondere 10.690 also hier auch knapp um den wochenpivotpunkt wenn der dax da raus zieht dann denke ich ist die 10.8 durchaus wieder greifbar und dann wird sich eben entscheiden ob wir da mal ausbrechen können oder nicht das ist die gretchen frage dann kann sich wie gesagt das bild auch komplett ins positive drehen das wie gesagt mal kurz zum dax auf tagesbasis gehen wir mal kurz noch in die stunde vom wochenschart zum tageschart in den stundenschart um das bild noch ein stück weit genauer zu visualisieren wir sehen hier diese große seitwärts range jetzt das leichte weg kippen so nach und nach und ja hier im stundenschart können wir noch ein stück weit genauer sage ich mal ziele festlegen wenn es eben hier unter 10.555 nochmals geht wir hätten hier das 38 auf hiponacci level bei 10.470 was gerade auf stundenbasis inklusive dieser horizontal zone die hier immer wieder auch kleine peaks sozusagen abfing als mögliches nächstes korrektur ziel im intraday bereich herangezogen werden kann um sozusagen zu visualisieren wenn der dax unter das tief vom 28 11 feld also neues mehr wochentief macht dann kann es hier durchaus noch mal richtung 10.460 50 punkte gehen und da reden wir eben noch mal über gute 100 punkte abschlag die hier möglich sind dort dann beobachten ob der dax sich stabilisieren kann oder eben anhand der tagesschart basis doch weiter nach unten weg kippt das wird interessant zu beobachten sein wie gesagt wenn der dax neue tagestiefs macht sieht das nicht gut aus insbesondere wenn wir unter die tiefs hier vom 28 11 gehen das wohl bemerkt hier in der 24 stunden indikation immer ein stück weit mit vorsicht zu genießen aber hier sozusagen die indikative fortführung der preisentwicklung wäre zumindest mal eine annahme wenn wir hier paar tages entwicklung also hier während dem realen xetra und future handel hier drunter kippen kann sich hier durchaus eine beschleunigung ergeben so dann wollen wir mal abwarten was der dax macht wenn er es natürlich schafft hier in dem bereich sich mehr oder weniger so wollen wir es mal nennen zu stabilisieren dann ist die chance gegeben dass wir nach oben drehen aber sie haben es vorhin gesehen nach wochentags statistik eher ein wohl schwacher tag der donnerstag dürfte also insofern so bleiben und vielleicht sogar eben auch viel mehr neue tiefs geben warten wir es ab wir werden es beobachten ich freue mich auf weitere beiträge das nächste video wird folgen und insofern ihnen einen erfolgreichen handelstag einen guten start in den dezember und auf bald wünscht ihn christian kämmerer und tschüss ein